und weil er seine Tötungserie genau sie Tötungserie hat er den bisher für alle und gerade eben beendet dafür gibt es ja noch mal extra gold und extra erfahrung ein der ja gerade beim Becampen von NPCs der Sniper ist gerade unsichtbar ah da will jemand versuchen den Dyer zu killen oder auch nicht einfach vorbeirennen naja dann kannst du es auch so machen ach das ist der Sniper genau merke ich gerade das ist der Sniper ist der Sniper und sterben wenn er sich jetzt nicht verflüchtigt ich habe gerade äh hallo so eben ist der Sound gerade bei mir ausgegangen warum auch immer das ist der Sniper und das ist der Sniper was scheinbar nicht klappt ich könnte kotzen der Ton ist wieder bei mir ausgegangen bei mir geht der Ton andauernd hier irgendwie aus warum auch immer aber Feuerwehrlohn packt es nicht und stirbt sieben sieben zu dreizehn für die Dyer dafür kommt dann Say Goodbye an und versucht ihn zu killen aber dann wechselt die Kamera doch auf einen anderen Spieler und ja äh das ist glaube ich nochmal ah äh ja da nochmal Say Goodbye aber jetzt alleine naja das wird nix nochmal am Secret Shop was einkaufen ja nicht aber was es zu AS und einem äh 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 Illusion! NPSC-Gekloppe bei den Radiants 7 zu 14 für die Dyer Da hat ein Radiant wieder mal Die Radieschen von unten gesehen Aber dafür Der Rückschlag Von den Radiants Obwohl das jetzt doch Nicht wahr sein kann Dass der flüchtet Na kommt! Wollte grad sagen 8 zu 14 für die Radiants Schlecht für den Radiant Spieler hier geradeaus Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ganz, ganz schlecht. Und da ist er tot. 8 zu 17 für die Dire. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Go! Go! Ah, die Radiant's wirklich noch mal diesen Angriff aufgehalten. Äh. Achso. Ja. Wahrlich kein gutes Spiel für die Radiant. Aber auch nicht wirklich für die Dire. Der Secret Shop. Die Regeneration. Forever Alone hat eine Regeneration-Rude aktiviert. Ja, 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 ja. Na, 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 na. Das war so klar. 8 zu 18 für die Dire. Oh, da wird gerade eine, okay, ja, dann hat irgendwie ein Spieler eine Drachenhorde mit durchgezogen und, naja, irgendwie greift der Drache jetzt die Radiance an. Ja, voll verloren, da bist du wieder draufgegangen. 8 zu 19 für die Daya. 8 zu 20 für die Daya. 8 zu 21 für die Daya. 8 zu 21 für die Daya. 8 zu 21 für die Daya. Die Radiance anstrengen, noch mal die Türme dauer zu kriegen, weil nur die ganze Zeit andere Spieler zu killen, aber nicht die Türme dauer zu kriegen, ist natürlich nicht so gut. Ah, da haben sie doch mal den Turm zerstört. Forever alone wieder im Einsatz. Dauerweise ist er jetzt wieder am Arsch. Ja. 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 Moment. Hier nur NPC-Gekloppe gegen einen Vogel. Ach, da ist auch wieder ein Kampf. Zack. Na, diesmal... Na, er schafft es noch. Er schafft es noch, eine Megakill zu machen. 8 zu 23 für die Daya. Und ich glaube sogar, dass er es noch schaffen könnte, abzuhauen. Aha, nein, nicht mehr. Jetzt ist es leider zu spät. Obwohl... Nein! 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 Das wird nichts! Oh, oder? 8 zu 24 für die Daya und er ist abgehauen. Das ist natürlich wirklich bitter. Wer auch immer da gerade bohrt bei mir, vielen Dank. Das ist super nervig. Äh, echt toll. So, Fervor Alon mal wieder am sterben. Oder auch nicht. Doch. Er ist am sterben. Genau jetzt! 8 zu 25 für die Daya. Ja, also der ist ganz schön übel drauf. 8 zu 26 für die Daya. 8 zu 27 für die Daya. Dem reicht es für immer noch nicht zu bohren, sondern auch noch zu hämmern. Super geil. Okay, ähm. Oh, ho, ho, ho. Ja. Hm. 8 zu 28 für die Daya. Oh, Fervor Alon. Oh mein Gott, du kriegst den Kill. Oh mein Gott. Hä, 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 hä. Kannst du nur. Da hat nämlich der andere nämlich seinen Kill gestealt und steht zwar 9 zu 28, aber... Fervor Alon hat nicht den Kill gemacht. Da ist wieder Say Goodbye und er sagt Say Goodbye, weil er jetzt wieder am sterben ist. Das sehen wir jetzt gerade im Moment nicht. Ach, aber der stirbt jetzt dafür. 9 zu 29 für die Daya. 9 zu 30. Fervor Alon beim Rückzug, weil er einfach nichts reißen kann. Oh, wieder tot, gleich, aber... Ja, das ist all Fluffy, aber er stirbt auch immer schön. Äh, die ganze Zeit. Und, na, komm. Da ist er tot. Tot. 9 zu 31 für die Daya. Ja, das war mal dran, denn... Es sieht doch sehr danach aus, dass die Daya wirklich gewinnen werden. Da kommen wir Forever Alon. Es ist nur eine feindliche Zeit, bis er wieder alleine auf dem Boden liegt und die Radieschen von unten ansieht. Hasse! 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 Untertitelung des ZDF, 2020